Ja hallo, schönen guten Tag zu unserem dritten Video zum Thema Spectacle, die neue Brille von Snapchat. Wir sind von der Hochschule für Angewandtes Management. Wir sind ein Kurs von Wirtschaftspsychologen. Wir befinden uns, damit ich es richtig sage, im siebten Semester. Und das Studium hat einen sogenannten Branchenfokus. Das heißt, wir konzentrieren uns neben dem Bachelor für Wirtschaftspsychologie eben auf Kommunikation und Online-Werbung und Online-Marketing. Und deswegen erschienen uns diese Brille, diese Spectacles, wie ihr hier seht, von Snapchat. Sehr interessant, ein sehr interessantes Tool. Und neben diesem Spaßfaktor, den diese Brille euch bietet. Ihr wisst ja, ihr könnt, wie wir euch vorhin erzählt haben, in den zwei anderen Videos, ihr könnt diese Brille per Wireless LAN über Bluetooth mit eurem Smartphone koppeln. Du hast uns im letzten Video freundlicherweise erklärt, wie das alles funktioniert. Also es schafft auch ein Nicht-Techniker wie ich. Die Kamera, die in der Brille drinnen ist, hat eben ungefähr ein Sichtfeld, müsst ihr euch vorstellen, von 115 Grad. Also es ist ein Weitwinkel. Und man kann mit dieser Brille, wie ihr dann seht, eben auch kleine kurze Videos. Da haben wir gesagt, glaube ich, war zwischen 10 und 30 Sekunden. Ja, jedes Video dauert 10 Sekunden. Also man kann zwar mit der Brille länger filmen, aber auf dem Handy an sich wird es immer in 10 Sekunden unterteilt. Okay. Also wir haben diese kleinen Einheiten. Da haben wir uns überlegt, wie könnten wir das hier in unserem Branchenfokus, wie könnten wir daraus ein Projekt machen? Und wie kann man eben das nicht nur zum Spaß nutzen, sondern wie könnten Firmen oder wie können wir als Wirtschaftspsychologen, als Markt- und Werbepsychologen, wie könnten wir diese Brille, wie könnten wir diese Filmaufnahmen und diese Brille, die Art und Weise, wie sie filmen, wie könnten wir die einsetzen? Der Vorteil ist, was für unsere Projekte hier auch sehr wichtig ist, dass wir eben nicht nur live streamen, das heißt, ich schaue, ob es funktioniert. Wenn ich jetzt drauf drücke, müsst ihr die Brille filmen, tut es. Also unsere Kamerafrau, die uns hier freundlicherweise aufnimmt, sieht natürlich jetzt hier durch dieses Leuchten, Achtung, da wird aufgenommen. Ein ganz, ganz toller Vorteil, denke ich, von Snapchat, aus den Erfahrungen der Google-Brille gelernt, dass man eben nicht heimlich filmt, sondern offen die Flagge zeigt und sagt, Achtung, wir filmen jetzt gerade. Weil wie gesagt, das Schöne an der Brille ist, wir filmen nicht nur und können das live praktisch in unseren Kanal, in unseren Snapchat-Kanal übertragen, sondern wir können diese Filme auch aufnehmen und auf dem Handy speichern oder wie funktioniert das? Genau. Ich speichere die dann auf meinem Handy und habe die dann in den Aufnahmen drin und kann halt dann ganz normal die auf Instagram oder auf Facebook hochladen. Okay. Oder herunterladen. Runterladen von Snapchat geht, ja klar. Und genau das war ja eben wichtig für unser Projekt, dass wir hier Aufnahmen machen können aus Sicht desjenigen, der filmt, also aus der Ich-Perspektive. Und neben dem ganzen Spaß haben wir uns als erstes Projekt überlegt, naja, wie könnte man oder wo könnte man jetzt so eine Brille neben dem Spaßfaktor, wo könnten wir das einsetzen? Und da wir uns natürlich immer mit aktuellen Themen beschäftigen, die für Firmen draußen interessant sind, haben wir festgestellt, dass eben sehr, sehr viele Schwierigkeiten momentan beim Recruiting besteht, dass es gar nicht mehr so einfach ist, in spezielle Branchen eben Nachwuchs zu bekommen. Zum einen, weil natürlich die Firmen gewohnt sind, in klassische, stumpf gewordene Medien zu gehen, wo die Zielgruppe eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist und dann eben aus Sicht des Unternehmens berichtet wird, wie toll es ist, in dieser Firma zu arbeiten, welche tollen Möglichkeiten das Unternehmen den Einzustellenden gibt. Und deswegen haben wir gesagt, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, aus Sicht desjenigen, der die Brille trägt, den, den man eben haben möchte, dass der mal seinen Alltag beschreibt. Und hier haben wir zwei Projekte momentan am Laufen, einmal vielleicht ausgearbeitet, jetzt eine Bachelorarbeit, das Thema einer Tierklinik. Eine Tierklinik sucht eben nach Tierarzthelferinnen. Der Markt ist lehrgefähigt, das ist gar nicht so einfach für Tierarztpraxen und für Tierkliniken Nachwuchs zu finden. Und deswegen haben wir eben hier vor, Tierarzthelferinnen eben mit dieser Brille einmal reflektieren zu lassen, aus der Ich-Perspektive, was bedeutet eigentlich die Ausbildung zur Tierarzthelferin. Da sind wir gerade, das aufzubauen. Wir sind auch gerade dabei, eben diese Studie aufzubauen und mit der Tierklinik zu sprechen. Um aber selber Erfahrungen, erste Erfahrungen zu sammeln, haben wir für unser eigenes Studium aus der Wirtschaftspsychologie, unseren Branchenfokus, haben wir uns überlegt, wie können wir denn diesen Branchenfokus bewerben, wie finden wir Nachwuchs, wie finden wir Leute, die dann dieses Studium gerne machen würden. Und da haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch gleich diese Brille einsetzen. Die Zielgruppe, junge Menschen benutzen Snapchat, können auch mit dieser Brille umgehen. Es ist ihr Medium. Und lass uns doch mal einen Tag an der Hochschule für angewandtes Management unseren Branchenfokus Online-Marketing und Kommunikation und Werbung begleiten. Wie gesagt, aus der Ich-Perspektive, das dann live streamen und dann eben das zusammengeschnittene Material eben dann auch auf unsere Internetseite zu stellen, um ein bisschen einen Einblick in den Kurs zu geben. Und das war eure Aufgabe. Und ja, erzähl mal so ein bisschen, wie seid ihr dabei vorgegangen in diesem Projekt? Was waren so deine Erfahrungen und was hast du so alles erlebt mit der Spectacle einen Tag durch die Hochschule mit Professoren, Studenten, Studentinnen? Wie war das so? Erzähl mal. Ja, also vom Grundsatz her haben wir uns sehr auf das Projekt gefreut, weil es ja schon cool ist und sehr modern und wir auch alle Snapchat selber privat nutzen. Und am Anfang war es ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, weil alle dachten, wir sind jetzt so eine Art Bildungsblogger oder so. Aber wir haben dann im Rahmen der Vorlesung, wo wir Präsentationen halten müssen, auch Bescheid gesagt, dass wir filmen und dass wir das mit dir machen und dass das für eine Studienarbeit ist und was halt dahinter steckt. Also das heißt, wenn ich dich unterbrechen darf, das heißt, wenn wir solche Sachen einsetzen, jetzt für Forschungstätigkeiten, für Employer Branding oder was auch immer, trotzdem, dass die Brille natürlich anzeigt, dass sie filmt, müssen wir natürlich dann eben vorher die Menschen, die wir aufnehmen, sei es jetzt an der Hochschule, sei es Kollegen oder sei es eben dann vielleicht in der Tierarztpraxis oder irgendwo anders, dass die Leute eben darauf hinweisen, Achtung, wir wollen gerade filmen für den und den Zweck und wer eben nicht gefilmt werden möchte, den respektieren wir natürlich. Der soll sich dann auf die Seite setzen, dass er eben nicht drauf ist und alle anderen wissen eben, Achtung, durch das, was wir vorher gezeigt haben, es wird gefilmt. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung. Genau und das war dann auch okay, für manche war es nicht okay, wir hatten nämlich vor, drei Kommilitonen zu interviewen und zwei haben halt gesagt, das wollen sie lieber nicht machen, eine hat Gott sei Dank mitgemacht. Okay, na gut, also das heißt, wir respektieren den Datenschutz und das ist das Recht am Bild und das ist okay, gut, super. Ja und ansonsten haben wir uns halt im Vorhinein überlegt, was wir filmen, wichtig war halt die Hochschule betreten, Klassenraum betreten, wir haben einen Vortrag gefilmt, wir haben halt gefilmt, wie es halt wirklich ist. Ja, also dass halt man vielleicht auch erstmal sein Frühstück auspackt und mit anderen quatscht und genau und dann haben wir natürlich noch einen kleinen Tipp reingebracht, so halt als kleinen Gag, wo man am besten bei uns Kaffee trinken gehen kann. Also nicht die Hochglanzbeschreibung oder nicht das, was eine Hochschule normalerweise zur Werbung für sich selber publizieren, posten oder in Prospekten darstellen würde, sondern einfach mal so ein echter Ablauf als Student und Studentin. Wie geht es dazu? Ohne Rücksicht auf Verluste, auch mit ein bisschen Spaßfaktor, so wie es halt ist, mal hinter die Kulissen gucken, weil also unsere Überzeugung war, dass das dann für die Leute ist, die sich überlegen, soll ich hier studieren, soll ich, wir haben ja unser sogenanntes Blended-Format, das heißt Ziemi-Virtuell, was ja interessant ist für Leute, die berufstätig sind, dass sie nebenbei studieren, weil wir an unsere Hochschule ja immer nur blockweise pro Semester kommen, der Rest passiert bei uns immer online. Das heißt, da mal so einen Einblick zu geben, so einen echten Einblick zu geben, das war die Intention, um eben hinter die Kulissen zu gucken und eben nicht diese Hochglanz-Prospekt-Nummer, die dann sowieso wahrscheinlich niemanden überzeugt. Ja, und was waren sonst so die Erfahrungen über den Tag hinweg? Ja, genau, also wie gesagt, negativ aufgefallen ist halt, dass ich, wenn ich sie länger nicht benutzt hatte und das nicht mehr mit meinem Handy verbunden war, ich das komplett den Vorgang, den ich im letzten Video beschrieben habe, nochmal machen musste. Okay, dann musst du dich jetzt immer wieder einwählen. Ja, also ich, vom Grundsatz her, so oft habe ich es nicht gemacht, aber wenn man es wirklich halt mal eine Stunde liegen lässt und halt nicht mehr connected ist, dann muss man es neu verbinden. Okay, wahrscheinlich aus Stromsparungsgründen schaltet sich das von selber an, geht in den Modus. War jetzt nicht so schlimm, ja, und mit Lichtverhältnissen oder sonstigem hatten wir eigentlich gar keine Probleme, wobei ich halt auch sagen muss, es war sonnig, es war hell und es hat alles gepasst. Aber ihr habt innen gefilmt, also das hat funktioniert, also nicht nur draußen, sondern auch in den Räumen, in der Universität konnte man mitfilmen und gleichzeitig wird der Ton aufgezeichnet. Das heißt, du brauchst kein extra Mikrofon, das irgendwo steht, sondern es reicht die Brille, dass die Tonqualität, natürlich muss man Abstriche machen, das haben wir auch gesehen, das kann man natürlich nicht mit einer Hightech-Kamera vergleichen, aber das ist ja gar nicht gewollt, sondern es ist eher dieses Look and Feel vom Midstreamen, ein bisschen verwackeln ist auch nicht so schlimm. Es soll halt sehr authentisch sein und soll authentisch überkommen und wie gesagt, für mich als Werbepsychologe ist halt interessant, diese Ich-Perspektive. Natürlich werden viele den Einwand haben, naja, die Leute wissen ja jetzt, dass sie gefilmt werden, auf der anderen Seite derjenige, der die Brille jetzt auf hat, der weiß ja auch, Achtung, ich muss jetzt so und so gucken, weil jetzt sieht ja irgendjemand, wo ich hingucke, aber ich denke, diese ganzen Argumente, die kann man nicht vergessen, die hat man damals bei dem Eye-Tracker, das kennen die meisten von euch gar nicht, wo man so in den Anfangsjahren mit dem Eye-Tracking begonnen hat, da waren das solche Helme, wo man dann gesagt hat, komm, geh jetzt mal damit einkaufen, geh in den Store, schau mal, was dir gefällt, guck da mal hin. Und man hat dann eben mit einem Einkaufswagen, mit den Leuten, mit Videorekordern hinterher gefahren, so ein Helm auf dem Kopf, das waren dann die Eye-Tracker und hat dann eben versucht, mitzufilmen und mitzugucken, wo schaut er im Laden hin, wo guckt er im Unpoint of Sale überall hin. Aber selbst da haben wir festgestellt, dass eben über die Zeit, über die Zeit hinweg, die Leute wirklich vergessen, dass sie jetzt selber dadurch, dass sie filmen, letztendlich beobachtet werden. Und so wie das jetzt ist, also ich bin total begeistert, weil ich, wie gesagt, diese Eye-Tracking-Maschinen am Kopf noch miterlebt habe, das ist eine stimmtnormale Sonnenbrille, sie trägt sich auch so, sie ist extrem leicht. Ich habe jetzt schon tausend Ideen, wofür man das eben auch als Wirtschaftspsychologe einsetzen kann. Denkt nur an die Anwendungsmöglichkeiten am Point of Sale. Ich bin dann zwar nicht so genau mit dem Fokus wie mit einem Eye-Tracker, wo ich genau schauen kann, wo sind die Fixationen, wo sind die Haltepunkte, wo sind die Sprungmarken, also die Sarkaden. Aber ich kriege einen Gesamteindruck und ich sehe, was inspiriert den Menschen, der die Brille hat, aus der Ich-Perspektive. Also für mich ein irres, tolles Anwendungsfeld, das wir da jetzt machen. Ja, und was passiert jetzt mit den Videos, die ihr hier gesammelt habt in diesem Tag für dieses Projekt? Wo kommen die jetzt hin? Was passiert mit denen? Na ja, also als erstes Mal wollen wir es zu einem großen Video zusammenschneiden, damit man halt das als ein Video betrachten kann. Und das kommt jetzt dann auf die Institutsseite, wo wir eben den Branchenfokus bewerben wollen. Okay. Damit sich halt derjenige, der sich erkundigt diesbezüglich, einfach das Video anschauen kann und sich denkt, ja, cool, vielleicht kommt auch so eine Art Wir-Gefühl auf. Sie denkt, ah, genau so ist es bei mir in der Schule auch, ja, die sind ja lustig drauf und ist gar nicht so stressig, wie ich das immer dachte. Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen bestimmten Job machen will oder wenn jemand jetzt Wirtschaftspsychologie oder Kommunikation und Werbung studieren will, er hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich glaube halt auch, dass solche Medien der herkömmlichen klassischen Werbung, die ja dann durch tausend Prüfstellen durchgeht an der Hochschule, ist das alles richtig, was gesagt wird? Ist das rechtlich richtig? Darf man das so ausdrücken? Es ist halt alles ein bisschen, ja, es ist alles überprüft und das ist halt meines Erachtens authentisch. Und ich denke, es ist echt und ich glaube, dass Studenten, die mit sowas liebäugeln, eben auch sowas sehen wollen, weil sie sich ja selber erkennen und sagen, hey, das bin ja ich, ich tue ja genauso, ich schwätze genauso, ich habe unterm Tisch dann genauso noch mein Handy und während der Vortrag ist. Und diese Echtsituation, dieses Authentische kann man eigentlich sehr, sehr schön und gerade jetzt mit Blick auf Employer Branding kann man das natürlich rüberbringen. Setzt natürlich wahrscheinlich voraus Unternehmen, die offen sind für neue Medien, die auch offen sind für solche Darstellungen, die auch offen sind dafür, was dann die Studenten wirklich berichten und was die Studenten dann auch wirklich mitfilmen. Und sollten das dann eben auch nicht zensieren, weil sonst würde das solche Brillen ad absurdum führen oder solche Tools. Ja, also wie gesagt, wir sind sehr gespannt an der Hochschule, mit was Snapchat noch alles nachlegt. Wie wir vorhin schon mal gesagt haben, soll ja auch Augmented Reality jetzt in Zukunft dazukommen. Also ein ganz, ganz spannendes Feld. Ich denke, das sich eben auch rentiert, gerade für unseren Branchenfokus, dass wir mit solchen Dingen arbeiten, Erfahrungen sammeln, letztendlich hinterher auch die Daten auswerten können, die wir da sammeln, damit das Ganze dann eben auch in der qualitativen Marktforschung eben gut einsetzbar ist. Ja, hast du noch irgendwie eine Ergänzung zu dem Projekt oder was dir aufgefallen ist? Ja, also wie gesagt, mir ist halt aufgefallen mit dem immer wieder Neukoppeln, das ist mir negativ aufgefallen. Okay, so ein technisches Problem. Was cool wäre, da es ja eine Sonnenbrille ist, wenn man jetzt viel innenfilmen möchte, dass man vielleicht eine Fensterglasbrille hat oder, also man muss jetzt nicht mit Stärke arbeiten natürlich, aber es ist schon dunkler. Und wenn man dann in einem Raum sitzt, der vielleicht sogar noch abgedunkelt ist, gerade wenn eine Präsentation gehalten wird oder so. Okay, dann ist es für den Filmer ein bisschen schwierig, wenn er jetzt mit den betönten Gläsern arbeitet. Okay, ich denke auch, Snapchat wird das mit Sicherheit lösen und wird mit Sicherheit auch andere Gläser anbieten. Und gerade für unsere Forschungsprojekte, wenn das ein Hindernis sein sollte, wir werden uns ja mehrere solch Brillen zulegen, dann können wir natürlich auch hier von einem Urmacher, hätte ich schon gesagt, von einem Optiker, eben einfach ganz normale Gläser einsetzen lassen. Plastikgläser, das ist kein großes Problem. Ja, das war es schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, für unser Projekt Snapchat Spectacles. Und wie gesagt, zwei Videos haben wir vorher schon gedreht. Wenn es euch interessiert, schaut euch das an. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dann in den Branchenfokus zu uns kommt. Wir neue Studenten bekommen für diese Bereiche. Und ihr seht, wir sind immer dran, neueste Dinge zu machen, zu probieren, zu basteln. Und ich denke, auch das zeichnet den Branchenfokus aus, dass wir hier vielleicht zu den normalen Bereichen ein bisschen mehr Freiheit haben, oder? Ja, also nicht die trockene Theorie, sondern dass man halt auch wirklich was macht, was jetzt Spaß macht. Snapchat, wie gesagt, benutzt man ja auch selbst. Okay. Und es ist cool, ja. Okay, ja, also dann vielen Dank, vielen Dank, dass du da mitgewirkt hast. Vielen Dank für unsere Zuhörer und tschüss.